Okay, heute gehen wir mit Bubba rein, weil ich mit Bubba in letzter Zeit echt viel Spaß habe, wir ja Map of Raymer kennen es halt, aber Bubba, ich weiß nicht, in letzter Zeit bin ich übelster Fan von Bubba, macht mir echt viel Spaß, jetzt habe ich ein paar Chilis noch ran gemacht, obwohl die ja noch immer verbuggt sind, soweit ich weiß, leider, aber scheiß drauf, ja, lass direkt mal ein Shack Chase machen, da habe ich nichts gegen, hallo. Ja, schade, okay, Standard Bubba Move, okay, was jetzt, was jetzt, ja, da ist Try, habe ich wirklich fast ein bisschen aufgefroht, muss ich sagen, nein, ich schwöre, wenn du den Flashlight hast. Ich bin so abgefuckt, wirklich. Nee, irgendwann reicht's auch, nee, also irgendwann, wirklich, Alodie, wirklich, nee. Nee, nee, nee. Die hat zappetiert, du. Wirklich, was ist das für ein Squad gegen, das ich hier spiele, jetzt. Es ist wirklich bodenlos wieder, es ist wirklich wieder bodenlos, aber weißt du, wer ins Basement kommt gleich richtig. Nur nicht, weil hier 30 Mal hätten sie'n auf der Map. Es ist so ein Bullshit, es ist so ein Bullshit, leider. Aber die Chancen sind anscheinend alle halbwegs auf Null. Also, diese Map macht mich ein bisschen fertig gerade. Ich liebe diese Map eigentlich, aber gerade, hab ich ein bisschen Hass dafür. Ein bisschen Hass davon, sag ich schon, Junge. Ey, Junge, das macht mich so fertig, diese Map hier. Die Map hier macht mich so fertig, ja, es ist so ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie eine Map so sein kann. Einfach schnell hinterher walken. Ich gelte ja im Plan, aber das wird nichts. Elodie, wo bist du? Mann, wenn du gleich wieder kommst, ich spür's dir. Irgendwann rast ich aus. Irgendwann rast ich aus. Also wirklich, diese Elodie hat mich so zerstört. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie Saboteur auch noch hat. Irgendwie, das ist so ein Betrug. Das ist so eine Frechheit auch. Also, nee. Das muss man mir nicht erzählen. Jetzt will ich ja auch noch einen Chase. Die schaffen den Stun auch alle. Die jucht es gar nicht. Nee, ist klar. Ist alles fein, wirklich. Ist alles fein, wirklich. Also, ich seh da gar kein Problem. Die Outruns, weil ich meinen Charge zu schnell genutzt hab. Boah. Boah. Junge, nee. Das macht mich wirklich fertig hier wieder. Was ist das für eine Runde? Du Reudige. Wag es nicht. Also, das ist so wie der... Map Offerings, wirklich. Map Offerings gehören einfach verboten. Auch einfach mal. Und jetzt, Elodie. Was ist dein nächstes? Das schaff ich nicht! Ich kann nicht mehr. Ey, die Bubba Addons, wenn die noch weiter bugged sind, will ich raste aus. Wenn die weiter bugged sind, will ich raste aus. Junge, das schaffst du nicht, um zu sabotieren. Lass mich raten. Chen popt direkt in meine Fresse, als wäre ich hucke. Oh mein Gott. Das ist gut, wenigstens. Das ist fucking gut. Okay, wir gehen auf Elodie in the Nier. Ich hab gar keinen Bock, wirklich. Also, ich mag es nett zu spielen, aber nicht gegen solche. Nicht gegen solche, Leute. Okay. Okay. Der hat wirklich... Der ist hart! Es juckt nicht mal. Weil die halt die Map haben einfach. Einfach weil die die fucking Map haben! Map Offerings sind das dümmste, was es gibt in Depardellert. Ich call's jetzt. Map Offerings sind mit das dümmste, was es fucking gibt in diesem Dreckspiel. Junge, dummer Bastard, was ist das jetzt? Wer hat hier einen Pebble geworfen? Das ist Diversion. Das war Diversion. Aber von wo? Von fucking wo? Ich schwöre euch, ich raste aus. Ich schwöre euch, ich raste aus. Wo? Wo seid ihr? Ihr Dreckigen. Ihr Dreckigen. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, gerade. Junge. Ja, jetzt musst du droppen. Und wisst ihr was? Und den juckt gar nicht! Wisst ihr warum? Ah, die sind mal vier fucking Trashes. Er weiß das Timing, oder was ist er auch noch? Er weiß das fucking Timing auch noch. Ja. Wirklich, sorry Leute, aber da ist das Basement Time. Da hab ich keinen Bock mehr drauf. Da hab ich auch wirklich einfach keinen Bock mehr. Schlechtesten Hooker auch noch platziert, weil ich einfach am Boden bin. Weil ich einfach dumm schon bin. Ja, minus 10%. Fickt euch. Da noch minus 2,5. Ich bleib hier in der Nähe. Also wirklich, ich hab selten zu wenig Bock gehabt, vom Basement wegzugehen. selten so wenig Bock gehabt, vom Basement fucking wegzugehen. Ich werde nur faken, ein bisschen. Damit ich sie runterlocken kann. Ist mir alles egal. Ist mir alles egal. Ja, nehmt den Generator da hinten. Ist es okay. Ein bisschen overrated. Okay. Okay. Nee, das ist Bullshit, das ist Bullshit, weil ich mich missklickt hab, weil ich mich fucking missklickt hab. Das ist fucking Bullshit! Ich muss den Shen hier defenden, aber guess what, ich muss den Hook hier auch defenden. Ja, sie hat ein Window, ich kann's nicht rechtzeitig blockieren. Und ich muss zum Generator zurück, weil ich sonst halt, ja, am Arsch bin, ne? Guess wen's halt nicht juckt, guess wen's halt fucking nicht jucken wird. Ja. Wollt blöd. Keine Chance zu haben, tut so weh. Keine Chance zu haben, tut so weh. Das ist das schmerzhafteste Bubba-Game meines Lebens, wirklich. Keine Chance zu haben, tut so unfassbar fucking weh. Ich hab einfach keine Chance. Wisst ihr warum? Weil sie ein Map-Offering haben. Einfach weil sie ein Map-Offering haben und alle ihre Perks perfekt auf die Map abstimmen können. Einfach nur deshalb. Und sie wusste, dass ich da durchgehen werd, also... Ich werd sie einfach pre-runnen. Guess fucking what. Das geht da drüben, haben sie offen. Okay. Das ist wenigstens gut gerade. Wirklich, du kommst mir wirklich nicht... Du kommst mir nicht davon. Wirklich, du bist die Reudigste von allen. Wirklich, einen miserablen Wichser, wirklich. Oh mein Gott, ich bin wirklich so pissed auf die. Ich bin wirklich so pissed auf die. Oh mein Gott. Ich will wenigstens, dass sie's tryen noch. Okay. Es ist Renados Zeit. Okay. Ja, einer von euch stirbt, das juckt mich nicht, wirklich. Könnte sein, dass er's jetzt sogar schafft. Nee. Ja, ich hab's verstanden, das ist ein Flashlight. Wirklich. Achso. Map-Offerings gehören verboten. Nee, die gehören nicht in dieses Spiel. Map-Offerings gehören nicht in dieses Spiel. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich habe dein Weihg, also zwei Stunden, Wirklich. 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 Lig. Wirklich. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! mich, dass sie keinen Offering gebracht haben, dass Hooks weiter auseinander spawnen noch. Was für ein Bullshit, dass sowas existiert. Dass sowas existiert, das sollt... Also, der Form sollten Map of Ranks nicht existieren. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber, Leute, war trotzdem eine mega spannende Runde. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Und ja, ciao. Gut Bruch. Wow. Outro